Geradezu paradiesische Verhältnisse finden Wintersportfans derzeit in den Hochlagen der Alpen. Wie hier am Stubayer Gletscher in Tirol gibt es immer noch Schnee satt und das bei traumhaftem Frühlingswetter. Skivergnügen vom Feinsten und das bei angenehmen Temperaturen und immer noch vier Meter Schnee auf perfekt präparierten Pisten in rund 3000 Meter Höhe. Ausgiebig Sonnenbaden im Liegestuhl und auf höchstem Niveau im freien Essen und Trinken, das alles kann man im Königreich des Schnees derzeit an ein und dem gleichen Tag genießen. Bis in den Juni hinein können sich Winterfans noch an dem weißen Gold der Berge erfreuen. Zuletzt hat es am Stubayer Gletscher am 1. April gut 15 Zentimeter Neuschnee gegeben. In Summe sind in dieser Saison schon mehr als 10 Meter Schnee gefallen, deutlich mehr als die knapp 8 Meter in der gesamten letzten Saison. Aber so traumhaft Skilauf oder auch einfach die Bergluft genießen im Frühling auch ist, eins sollte man keinesfalls vergessen. Einen guten Sonnenschutz. Denn in der Höhe strahlt die Sonne viel intensiver als im Tal und der Schnee reflektiert die UV-Strahlung auch noch. Und das bedeutet, ohne gute Sonnencreme riskiert man binnen kurzer Zeit einen schmerzhaften Sonnenbrand. Doch wer das alles beherzigt und auf die richtige Kleidung achtet, kann das herrliche Frühlingswetter dieser Tage auch in den Bergen vollauf genießen. Und wer kommt schon bei solchen Bildern nicht unweigerlich ins Schwärmen.